Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Werniger Röderinnen, Werniger Röder, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Oberbürgermeister informiert. Wenn man zum Brocken schaut, der noch voller Schnee liegt oder wenn man die Temperaturen am heutigen Tag hier in Wernigerode erlebt, dann mag man es kaum glauben, aber der Frühling steht vor der Tür. Und so ist, wie in all den Jahren zuvor auch, in Wernigerode der große Frühjahrsputz angesagt. Und dazu, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Werniger Röder, möchte ich Sie auch in diesem Jahr wieder sehr herzlich einladen und Sie ermuntern, unsere bunte Stadt am Harz auch wieder etwas sauberer zu machen. Denn es ist nun mal so, nach einem langen Winter und dem einen oder anderen Zeitgenossen, der meint, dass er seinen Müll im Wald oder in den Parkanlagen abladen muss, ist es notwendig, wieder aufzuräumen und unsere Stadt wieder fit zu machen für die vielen Gäste, aber auch für uns, die wir hier leben und wohnen und jeden Tag die schöne Landschaft genießen wollen, diesen Ort wieder sauber zu machen. Am 12. und 13. April werden, wie in den Jahren zuvor, auch an vielen Orten in unserer Stadt, ob am Schloss, im Christianental, aber auch in vielen anderen Stellen mitten in der Stadt, Einsatztrupps unterwegs sein. Und wir hoffen und wünschen natürlich, dass sich viele Werniger Röder an dieser Aktion beteiligt. Organisiert wird der Frühjahrsputz, wie in jedem Jahr zuvor auch, vom Ordnungsamt und dem Grünamt der Stadt Wernigerode, die auch jedwede Unterstützung Ihnen angedeihen lassen werden, in Sachen Bereitstellen von Arbeitsmaterialien, aber auch der Abtransport des Mülls. Ebenso findet im Monat April, also ab der nächsten Woche, die sogenannte Komplexreinigung in den Neubaugebieten statt der Stadt Wernigerode. Und hier appelliere ich insbesondere an die Autofahrerinnen und Autofahrer, rechtzeitig auf die Schilder zu achten, dass sie nicht dann doch an dem Tage, wenn die Reinigung erfolgt, im Parkverbot stehen. Das ist ärgerlich für Sie, aber auch für uns und das wollen wir Ihnen sehr gern ersparen. Aber ich denke, es ist im Interesse aller Werniger Röder und unserer Gäste, dass die Stadt wieder in bunter Farbenpracht erscheint und dass sie sauber und ordentlich ist, so wie wir die Stadt Wernigerode seit vielen Jahren kennen. Sie sind also herzlich eingeladen, unterstützen Sie dabei. Wernigerode blüht auch im Jahr 2019.